Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin über 35.000 US-Dollar. Wir sind gestern sogar noch in der Spitze auf knapp 36.000 US-Dollar gestiegen. Das war unser, sag ich jetzt mal, größerer Widerstand von unserem Rising Wedge. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Die ganze Bewegung war kurzfristig schon impulsiv gewesen, hat jetzt aber dann wieder deutlich nachgelassen. Wir werden auch mal ganz kurz auf das Open Interest reingucken, wie das momentan aussieht. Also so richtig traue ich dieser Bewegung noch nicht. Ich bin weiterhin eher davon überzeugt, okay, wir sehen die 37.000 bis 42.000 US-Dollar, irgendwo die Range da oben. Aber vorher müssten wir eigentlich nochmal Richtung 33.000 US-Dollar runtergehen. Dabei bleibe ich auch, wenn wir jetzt gestern dieses Fake-Out hier möglicherweise gesehen haben, hat im Endeffekt nur nochmal bestätigt, dass wir eine Barrage der Virgins haben und möglicherweise das Rising Wedge immer weiter bevorzugen. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt anschauen. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, weiterhin Bing-X-Aktion, entweder Merch-Paket, was ihr auf jeden Fall gewinnen könnt und weiterhin gibt es auch diese Glücksrad-Aktion, also das heißt ab gewissem Handelsvolumen könnt ihr dann so ein Rad drehen und dann Preise gewinnen. Keine Ahnung, was es da alle gibt, schaut auf jeden Fall gerne auf der Bing-X-Seite vorbei und ansonsten, wenn ihr noch nicht da seid, meldet euch gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung an. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, 35.137 US-Dollar derzeit. Wir haben gestern einen schönen Pump, wie gesagt, nochmal in die Region hier knapp 36.000 US-Dollar gesehen. Und gestern fett Zinsentscheid hat keine Überraschungen gebracht. Auch Pole hat komischerweise die Schnauze ein bisschen gehalten. Es war ziemlich, ziemlich ruhig gestern. Überraschenderweise ruhig und auch die Märkte, also die Stockmärkte gehen brutal nach oben. Wollen einfach nicht mehr, dass wir hier unsere Long-Positionen abholen. Ich meine, kann alles noch kommen. Wir haben heute wieder wichtige Daten. Dow Jones läuft dafür momentan perfekt und Gold auch ein bisschen hier am Hantieren. Ja, Zinsen 5,5% ist alles gleich geblieben. Keine weiteren bearischen Aussichten. Ich gehe davon aus, dass wir die ersten Zinssenkungen frühestens im Januar und spätestens eigentlich mal im März rum sehen werden. Und wenn wir heute mal noch ein bisschen auf die News gucken. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe kommen heute, Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Also da kommt heute wieder einiges auf uns zu um 13.30 Uhr. Also wird sehr, sehr spannend sein, wie der Markt hier reagiert. So, dann aber zurück zu Bitcoin. Also Bitcoin, möglicherweise Fake-Out. Wir bestätigen derzeit unser letztes Hoch. Das ist erstmal grundsätzlich positiv. Man muss aber dazu sagen, wir haben jetzt natürlich auch hier erstmal eine schöne Bearish-Divergence auf dem 4-Stunden-Chart gebildet. Das muss man weiterhin beobachten. Ich würde das Ding auf jeden Fall nicht shorten. Dafür sind wir momentan einfach zu bullisch. Und gestern hat Michael Saylor mal wieder für, ich glaube, 5,5 Millionen Bitcoin gekauft. Also muss man vorsichtig sein. Momentum ist derzeit einfach stark. Und auch das Open Interest, wenn wir uns das mal so ein bisschen angucken, also ist weiterhin ansteigend mit eben dem Kurs. Egal in welchen Timeframe wir gehen. Wir können auch mal in den größeren Timeframes gehen. Dann sieht alles momentan noch gut aus. Natürlich der Kurs deutlich impulsiver gestiegen als das Open Interest. Das heißt, man muss langsam aber sicher ein bisschen vorsichtig sein. Für mich aber weiterhin kein Grund, hier reinzuschorten. Das Risiko ist einfach viel zu hoch. Und was wir uns gestern im Livestream übrigens nochmal angeguckt haben, ist eben dieses Rising Wedge. Und da, wenn wir einfach mal die Closest verbinden, sehen wir auch, gestern auch wieder, es wurde komplett respektiert. Also die 36.000er Marke ist genau unser Top von unserem Rising Wedge, wenn wir die Monatsclosest verbinden. Und da bleibt mir so langsam mal, muss man ein bisschen auf die Euphorieblase ein bisschen mal drücken und die mal ein bisschen unten halten. Weil es wird anscheinend immer weiter respektiert, dieses Chart-Pattern. Es wurde letzten Monat schon perfekt respektiert. Die Möglichkeit ist natürlich trotzdem, wir kriegen dieses Fake-Out hier rein, aber ein Dump zumindest mal bis maximal runter 28.000 US-Dollar, und darüber haben wir auch gestern gesprochen, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen immer noch. Ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, dass wir diesen Dump jetzt schon sehen. Ich gehe vorher erst davon aus, dass wir erstmal noch Richtung 42.000 oder 37.000 bis 42.000 US-Dollar hochsteigen. Aber wir sollten diesen Bereich oder dieses Pattern einfach mal im Blick behalten für vielleicht spätere Zeiten. Da habe ich gestern schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben im BLX-Chart. Da werde ich aber jetzt auch noch mal ein kleines Video extra dazu machen. Also entweder heute oder vielleicht nächste Woche, weil ist vielleicht mal ganz wichtig oder so mal ein bisschen die Unterschiede zu 2019 aufzuzeigen. Wenn ihr auf jeden Fall darauf Bock habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Aber da gibt es schon interessante Parallelen. Ich weiß, es war ein Black Swan-Event mit Covid, aber Parallelen sind auf jeden Fall da. Also wenn ihr Bock habt auf dieses Video, gerne unten mal einen Kommentar reinschreiben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ansonsten hat sich hier wenig geändert. Short-Position für mich weiterhin nicht klar. Die Märkte sind bullisch. Da haben wir jetzt natürlich hier noch einen schönen Pump gestern gebildet. Aber ihr seht schon vom Volumen her den Anstieg und den Anstieg gestern. Also da ist kaum noch wirkliches Volumen drin. Wie gesagt, das Open Interest. Langsam ein bisschen kritisch. Müssen wir mal gucken. Und von dem letzten Anstieg wird es jetzt interessant zu sehen sein, wie wir jetzt hier an dieser Marke, wo im Endeffekt auch unsere Ineffizienz liegt, hier bei 34.800 US-Dollar, wo diese liegt. Wenn wir hier unseren Support halten können, ich sage mal so bis zum 0,786er, ist das alles schön und gut. Das wäre auch, wenn wir das traden würden. 1,2% ist absolut noch okay. Dass wir sagen würden, okay, Support bestätigt. Dann können wir nochmal weiter steigen. Das sehe ich absolut noch im Bereich des Möglichen. Sollten wir jedoch da drunter fallen und dann 4 Stunden Close, dann wird es schon kritisch. Weil dann ist die letzte Aufwärtsbewegung einfach ein komplettes Fake-Out gewesen. Einfach um nochmal die letzten Shorter, die diesen Wig hier einfach abgewartet haben, diese zu liquidieren. Nochmal ein Pump zu geben mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Auch der Wig hier oben, den müssen wir nicht mehr unbedingt füllen, weil guckt sich das Volumen an. Da ist kaum was an Volumen. Dass wir dann jetzt wirklich eine kleine Trendwende einläuten und dann unseren Dump in Richtung, ich sage jetzt mal 33.200 US-Dollar kriegen. Dann nochmal eben diesen letzten Move, diese letzte Erholung Richtung 37 und dann den Dump in Richtung zwischen 30.000 und 28.000 US-Dollar für das mögliche bearische oder positiv ausfallende Rising Ratch. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der kurzfristige, mittelfristige Plan, den ich mir so vorgestellt habe. Kurzfristigen Trades würde ich hier erstmal nicht reingehen. Wir schauen nochmal ganz kurz rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus, auch hier. Natürlich gab es gestern diese impulsive Bewegung nach oben, schön und gut alles. Ich gehe auch weiterhin davon aus, deswegen ziehen wir das wieder ein bisschen rüber, dass wir hier nochmal runtergehen. Wir haben die Liquidität über den Hochs abgegrasen, also jeweils über beiden Hochs haben wir die Liquidität geholt. Wir hatten kein Close, weder ein Stunden noch vier Stunden darüber, also auch nichts Bullisches, worüber es hier zu sprechen gibt. Das heißt, technisch gesehen befinden wir uns eigentlich immer noch hier in diesem Range drinnen. Es hat sich nichts geändert, Ethereum ein bisschen nachträglicher als Bitcoin, muss man dazu sagen. Ich gehe davon aus, dass wir einfach hier nochmal runtergehen. Ich traue den ganzen Märkten momentan nicht, kann natürlich sein, dass ich mich komplett irre. Aber momentan bin ich mir da sehr, sehr unsicher, auch wegen eben den ganzen Stockmärkten. Wir sind noch nicht aus dem Gröbsen raus, auch wenn wir die Stockmärkte angucken, wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Wir sind weiterhin in dieser Korrekturphase. Das heißt, eine Korrektur kann auf jeden Fall hier nochmal folgen. Und wenn wir da jetzt gerade dabei sind beim S&P 500, ziehen wir einfach mal ganz kurz das FIP-Level. Die 4.150 ist für mich der letzte Long-Einstieg dann. Ja, ansonsten gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Was sagt ihr momentan zu Bitcoin? Sagt ihr, das ist nachhaltig? Sagt ihr, nee, ist für mich alles Fake, wir werden nochmal komplett upcrashen? Und dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten gibt es wenig zu berichten. Später kommt wahrscheinlich dann nochmal ein kleines Altcoin-Update-Video. Werde ich, denke ich, nochmal vor Ort bereiten. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Schreibt, wie gesagt, gerne mal unten rein, ob euch dieses Video interessiert, ob ich das machen soll. Für alle, die den Livestream gestern nicht gesehen haben. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Und wir hören uns dann eventuell später wieder. Wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.